Wir müssen hier vorbei Wir sind jung und nicht mehr Judenfrei Schon allein, ich weiß, wir sollen nicht auf jeden Fall Schon mal zu leben an Wir sind jung und nicht mehr Judenfrei An der Rechnung ist mit uns nicht aufgegangen Wir fangen schon mal zu leben an Ich konnte mal geradeaus Habt ihr schon mal einen Auftritt vor mehr als fünf Leuten gehabt? Oder ist das eigentlich die Rede über euch? Nee, fünf Leute sind zwei. Also fünf Leute sind zwei. Also habe ich gehört, statt in der Presse. Ja, also meistens auf zehn oder so. Ja, okay. Wir sollen nicht auf jeden Fall Schon mal zu leben an Schlaf ruhig in eurem schönen Zimmer alle dreißen bleiben, ja? Lass mich ruhig alleine. Ich brauche ein bisschen Kühlschrank ein, ja? Habt ihr gehört? Ja. Wie lange gibt's euch schon? Ähm, zwei, zweieinhalb so Zwei Jahre und zweieinhalb Jahre und so Ist ja eigentlich schon ziemlich lang Ja, also schon, seitdem schon nur zusammen Und mich gibt's schon, hat's schon nach vorne gegeben Also wir haben davor schon zusammen Musik gemacht Ja Zu zweit und dann sind wir auch schon aufgetreten und so Und bei einem Auftritt haben sind sie die beiden vermittelt sozusagen Und dann haben wir jetzt getroffen, war jetzt ganz lustig Wir sind immer schon klargekommen War zwar am Anfang so ein bisschen krass der Altersunterschied, aber Ich denke dann Was aber merkt man nicht so, weil du ziemlich zurückgeblieben bist Ja, das stimmt Guck mal, was da vor seinen Jacken steht Also ich hab mal so eine Sachen wie so New Metal gehört Und jetzt höre ich eigentlich nur Hip-Hop Also das sind da Musik nicht mehr drin, aber ich höre eigentlich nur Hip-Hop Ihr habt ja gerade eine Single draußen, wie heißt die? Ähm, It's My Life Ja Ja Nein Nein It's My Life Ja 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 Das Kommando übernimm Schönigung, du stehst den Weg Und wir müssen hier vorbei Wir sind jung und nicht mehr Jugendzeit Schon beleid, ich weiß, wir sollen nicht Doch wir fahren Schon mal zu leben, Mann Eure Fans, wie sind die? Wie ihr? Ja, unsere Fans sind cool Eure Fans sind cool Genau, und ich stehe in der ersten Reihe Wir sind drei Wochen immer ab, egal was kommt Und auf jeden Fall sind die total wichtig Ohne Fans gibt es halt die Bands nicht Und das sind die, die die Bands auch aufrechterhalten Und auch Liedsieds kaufen Sodass es dann auch immer mehr Musik gibt Und das ist halt auch wichtig Wir sind jung und nicht mehr Jugendzeit Es ist immer unterschiedlich Ja, zum Beispiel haben wir erste Musik Und ich werde nicht flattig mit dem Text rum Aber sonst ist eigentlich meistens der Text eher flattig Und dann singe ich so ein bisschen die Melodie vor Und dann versuche ich mal irgendwie klar zu kommen Und dann schickt sie mir in den Stern zurück Und da steht ein Zeug Und dann fühle mich drauf Wenn du Lust hast, komm vorbei Und hattest du heute Spaß? Ja, war geil, hat Spaß gemacht Was hast du heute gesungen? Wir haben schon mal Rette mich aufgenommen für eine Ballade Und dann haben wir schönes Mädchen auf dem All mit der Main zusammen gemacht und so Eben gerade Genau, eben gerade Und die Leute waren begeistert, als du gesungen hast? Ja, Wahnsinn Es ist eigentlich so bei euch in der Band Dass die Leute so verschiedene Aufgaben erfüllen Also wenn ihr jetzt unterwegs seid Irgendwie, dass irgendjemand was Bestimmtes machen muss Ich übernehme immer die wichtigsten Aufgaben Ja Ja Nee, also Bill muss immer mithelfen Also mach ich aber nicht Obwohl du nicht so viel Equipment hast oder was? Ja, das ist total krass Wirst du genötigt Und? Ja, wir müssen auch seine PR-Box tragen Und sonst machen wir es immer gleich Also wir tragen Also jeder hilft halt mit Gitarrenforschläge reintragen Der hilft mit Flasche reintragen und so weiter Ja, bleibt uns auf jeden Fall treu Genau Und ihr seid super auftreten Genau Kommt für uns dann auftreten Und lasst es krachen Och jetzt Stabil Och jetzt �